Peter Tauber hat es geschafft. Endlich kennen ihn auch weniger politikinteressierte Leute, danke Twitter. Interessanter als sein trumpischer Tweet über Minijobber war aber sein ursprünglicher Post. Vollbeschäftigung ist viel besser als Gerechtigkeit. Okay, die Logik würde auch noch bei der Sklavenhaltung passen. Aber hey, Vollbeschäftigung, da ist er wieder, der alte Kampfbegriff. Und im neuen Wahlprogramm der CDU steht es jetzt auch schwarz auf weiß. Vollbeschäftigung bis 2025. Laut Wahlprogramm sollen die neuen Jobs vor allem durch die Digitalisierung entstehen. Was mit den Leuten werden soll, die ihre Arbeit durch die neuen Technologien verlieren, steht da allerdings nicht. Dabei ist das eine der ganz großen Zukunftsfragen, wenn es um das Thema Beschäftigung geht. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang eine neue Studie aus Oxford. Die Wissenschaftler haben sich den amerikanischen Arbeitsmarkt angeschaut und die Frage gestellt, wie anfällig sind die heutigen Jobs gegenüber dem technischen Fortschritt. Dazu haben sie gut 700 Berufe überprüft und ihre erschütternde Prognose, fast jeder zweite Job ist hochgefährdet und könnte in den nächsten Jahren wegfallen. Besonders gefährdet seien Tätigkeiten, bei denen kognitive und motorische Routineaufgaben anfallen. Denn je vorhersehbarer eine Tätigkeit ist, desto leichter kann sie ein Computer übernehmen. Wir kennen das ja schon seit vielen Jahren aus dem produzierenden Gewerbe. Aber nicht nur hier, sondern auch viele Dienstleistungsberufe könnten in Zukunft wegfallen, bei denen man sich das nicht unbedingt vorstellen kann. Ähnliches geht auch aus einem Bericht der US-Jobdatenbank CareerCast hervor. Auf der Grundlage des jährlichen Jobreports und den Daten der US-Behörde für Jobstatistik wurden zehn Berufe ermittelt, die demnächst von Computern gemacht werden könnten. Das fängt erstmal mit den Briefträgern an. Logisch, immer mehr geht über E-Mail. Ich zum Beispiel schicke vielleicht zwei, dreimal im Jahr noch was per Post. Aber auch Zählerableser der Gas-, Strom- und Wasserwerke werden bald überflüssig, wenn die Daten per Internet verschickt werden. Weitere besonders gefährdete Berufe seien die Landwirtschaft, Zeitungsredakteure, Holzfäller, Juweliere, Flugbegleiter, Maschinenführer, Versicherungsmakler und Finanzbeamte. Denn Schmuck wird gerne online bestellt und schon heute gibt es Sport- oder Börsenartikel, die automatisch generiert wurden. Holz wird fast automatisch gesägt und transportiert und Versicherungsmakler, wie ich diese Werbungen hasse. Klar, den US-Arbeitsmarkt kann man nicht eins zu eins auf uns übertragen. Dort gibt es viel mehr Jobs, für die man nur eine kurze Einarbeitungszeit braucht. Aber moderne Technologien machen natürlich auch um uns keinen Bogen. Laut einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung sind auch hierzulande 4,4 Millionen Jobs durch die Digitalisierung bedroht. Bäcker, Köche, Bank- und Versicherungsangestellte, Buchhalter, kaufmännische Berufe, Telefonisten, Lager- und Transportarbeiter, aber auch Lehrer und Ingenieure. Irgendwie ist fast jede Berufsgruppe betroffen. Und deshalb, das empfiehlt auch diese Oxford-Studie, sollen wir bereits heute die ersten Weichen stellen. Eine Antwort haben auch wir natürlich nicht. Das tangiert ja riesengesellschaftliche Fragen, wie die Robotersteuer oder das bedingungslose Grundeinkommen. Dass jetzt die CDU die Vollbeschäftigung ins Wahlprogramm schreibt, um Schulz' Gerechtigkeit etwas entgegenzusetzen, finde ich aber ehrlich gesagt lächerlich. Bei anderen Parteien würde man hier schnell und laut Populismus schreien. Statt Inszenierungen bräuchte es Konzepte oder zumindest die Bereitschaft, neu zu denken und zu debattieren. Denn es gibt genug namhafte Stimmen, die sagen, dass die alten Jobs eben nicht durch genug neu ersetzt werden, wie das damals bei der industriellen Revolution der Fall war. Peter Tauber war übrigens mal ein Jahr lang wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Goethe-Universität in Frankfurt. Der Forschungsbereich damals? Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel. Danke Wikipedia.